Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu Laserguckenland, dem Anarchi-Server, erreichbar unter der Domain sillyhuhn.com. Ja, Plan für die Folge ist mal wieder Mauer bauen. Ich habe gerade fett mit Lidl hier ein bisschen Obsidian gedupet, also es gibt ein bisschen Baumaterial, das ist schon mal recht praktisch. Und sonst werden wir derweil ein Video von dem Chaos Computer Club uns reinziehen und zwar Security Nightmares Folge 13 oder Hex 13? 0x13 ist das? Lasst mich das bitte nicht in Dezimal umrechnen, aber ist das Folge 13 oder ist das Folge Hex 13? Ich weiß es nicht. Ah ja, und ich habe ein bisschen off-camera hier diesen Graben gegraben, genauso wie ich auch off-camera gedupet habe und so weiter. Und da ist diese Treppe, die ich gefunden habe, aber die ist halt echt richtig und spektakulär. Also darunter habe ich gar nicht geschaut. Okay, lass mal kurz darunter schauen, das ist locker. Das war ultra langweilig. Ja. Ja, hier wurde ein bisschen gemeint. Oben lag ein bisschen Lapis in der Kiste. Also keine Ahnung, wer hier ohne Base alles voller Treppen gehauen hat. Also es sieht so aus, als hätte sich hier jemand niederlassen wollen, aber es ist halt so ein Mix aus einer Base und aus einem ähm, ja, aus einer normalen Mine. Warte mal, oder ist das von uns? Hä? Das kann sein, weil das war ja hier, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Folge erinnert, aber in, also, wo habe ich das überhaupt aufgenommen? Doch, ich glaube schon. Doch, in einer der ersten Folgen, ganz am Anfang, wir sind ja hier noch um 200 Blöcke Radius vom Spawn, ähm, habe ich eben hier mein Feld, also ziemlich sicher hier mein Feld aufgebaut, ähm, oder jemand hat ein ziemlich ähnliches Feld aufgebaut, was ich aber bezweifle. Und hier ist auch mein, äh, mein Graben, den man hier sieht. Ja, das wird schon das sein. Hm. Aber ich habe doch da keine Treppen hingemacht. Vielleicht hat jemand anderes diese Base dann eingenommen und hat da dann Treppen hingemacht. Okay, verstehe. Also, ich habe literally meine eigene Base gefunden. Geil. Ähm, ja, genau, dann würde ich mal sagen, ähm, starten wir mal langsam das Video durch. Äh, das Video dauert nämlich eine Stunde. Ich habe irgendwie so hart das Gefühl, dass ich das schon gesehen habe, aber ich habe halt den Teil danach gesehen, ähm, und schon ein paar Videos von dem Kanal, also media.ccc.de, ähm, von der, äh, ja, 35c3, äh, ja, Security Nightmares, äh, Hex 13, äh, also 0x13. Ähm, ein Video von 2018. Link zum Video ist wie immer in der Beschreibung. Und wenn euch der Server hier interessiert, das ist ein Minecraft-Server ohne Regeln, ähm, ich habe schon einige Zeit im Voraus diesen Server jetzt bezahlt, also selbst wenn ich das Interesse innerhalb der nächsten Monate oder Jahre verliere, ähm, wird dieser Server hier noch online bleiben. Ähm, äh, es werden keine World Resets hier gemacht. Und es ist geplant, dass er Vanilla bleibt. Äh, je nachdem wie sich das entwickelt, wenn hier wirklich Spieler online kommen und wir Performance-Probleme haben, vielleicht, und ich motiviert bin, ähm, passiert auch irgendwas mit Plugins, um die Performance zu verbessern, oder was auch immer, ne. Ähm, aber an sich ist hier erstmal Vanilla Vanilla, also, ähm, auch kein Anti-Cheat oder so, das heißt, wenn ihr Bock habt, hier ein bisschen, ja, eure Hack-Clients auszuprobieren, äh, einfach mal Minecraft zu tryharden, ohne, ohne Regeln und Einschränkungen einfach versuchen, ähm, naja, Sachen zu machen, ähm, dann könnt ihr das hier gerne machen. Ähm, ähm, ja. Genau. Also, ich, ich meine, es gibt ein paar Anarchie-Server, ähm, der Mehrwert, den ich finde, dass dieser Server hier bietet, ist, dass er, ähm, ähm, in der Regel eine gute TPS hat, weil halt wirklich niemand online ist. Also, wenn ihr jetzt wilde Sachen macht, das Server ist, der läuft jetzt nicht auf einem, äh, äh, ultra krassen, äh, NASA-Rechner, aber, ähm, ich glaube, was hat die, äh, CPU einen über 4 GHz Boost, aber, das heißt ja nichts. Aber, ich sag mal so, ähm, der Server hat schon ein bisschen Power und, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall Sachen machen. Und, die, äh, Einleitung ist schon wieder viel zu lange, aber, ähm, ja, also, wie gesagt, wenn ihr einfach mal Vanilla Minecraft spielen wollt, ohne Regeln, ohne Einschränkungen, ohne Anti-Cheaf-Plugins, ohne Queue, ähm, ohne viel los, also, ich, ich meine, der Server ist so gut wie immer leer, hin und wieder haben wir mal ein, zwei Spieler, ähm, ich weiß nicht, wenn ich aktiv aufhöre, den Server zu bewerben, wie das innerhalb der nächsten Jahre sich entwickeln wird, ich denke, dass der Server immer recht leer sein wird, ähm, und, äh, er wird trotzdem online bleiben, also, das kann ich euch, äh, garantieren und es werden keine Virtual Sets kommen, das heißt, wenn ihr ein bisschen entspannt, ähm, in einer kleinen Gruppe, ein bisschen, äh, ja, Grenzen pushen wollt, und, ähm, schauen, was man so aus Minecraft rausholen kann, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Und, dann würde ich sagen, starten wir das Video, also, ich habe eigentlich alles gesagt zu dem Server hier, ähm, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu holen, ähm, deswegen würde ich sagen, schaut doch einfach mal Ingame vorbei, ich werde jetzt hier einfach weiter diesen, ähm, diesen Graben graben und dabei mir das Video von der 35C3 anschauen, äh, wenn euch das Video interessiert, was ich anschaue, dann klickt doch auf den Link in der Beschreibung und schaut es euch am besten im Original an, ähm, ja, soweit dazu, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich, äh, Ingame, denn zur Zeit bin ich noch recht aktiv. Alles klar! Here we go! Weißt du schon mal bevor so viele Leute auf der Bühne? Ja, 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 okay. Du kannst den Sender nicht lesen, oder? Ich habe es versucht, ich glaube ihr habt es meinen Fehler zweimal mitbekommen, also von daher, dann sagt mal die Übersetzung an, ähm, das ist auf Französisch und das ist stream.c3lingo.org Okay, dann kommt, an jedem Fall, da gibt es eine Traduktion in Französisch, die wird auch disponibel, ist auf c3lingo.org Und für die English-Speakers... Äh, warte mal, du hast jetzt noch die Chance deine Mutter zu grüßen. Ach so? Ja, es ist ja schlecht, sie ist in Spanien. Dann macht er doch auch Spanisch. Guten Tag, Mama. Oh Mann, ey. Danke. Hat er nicht getroppt, Alter. Und für die Englisch-Speakers... Streaming.c3lingo.org Und du kannst alles auf der Bühne vertreten. Vielen Dank. Saal 1 ist doch immer wieder... Das ist aber auch Aufregung, oder? Ich habe Puls. Ja, ich auch. Ich habe ein bisschen Puls. Was ist mit euch? Am alten Männer auch noch Puls? Der eine, der andere... So, mach mal ein kleines Spiel, ihr kennt das mit dem Defragmentieren, ne? Ja, vielleicht klappt der mal eure Tisch-Computer zusammen. Der ein oder andere muss gegebenenfalls aufstehen. Ja, und wenn ihr einen Rucksack neben euch habt, weil ihr glaubt, eure Freundin schafft es noch... Bitte verstauen Sie ihr Handgepäck jetzt unter den Sitzen. Ja, danke. Und dann einmal kurz die Hände hoch, dass wir sehen, wo ist noch was frei. Das Spiel kennt ja auch. Oh, gar nicht so viel Defragmentierung, sondern... Hier vorne ist sogar noch richtig... Wie viele von euch haben sich vor der Pause schon hingesetzt? Okay, alles klar, alles klar. Dann können wir uns das sparen. Können wir gleich zum Spaßteil übergehen, oder? Können wir eigentlich machen. Wir haben Fakten. Ja, Fakten machen wir später. Erstmal noch die Übung fürs Closing machen. In Hamburg hat das sehr gut geklappt. Ja, ob das hier auch klappt. Ob das hier auch klappt, wissen wir nicht. Du nimmst die Hälfte, ich nehm die Hälfte. Alles klar. Darf ich anfangen? Wir teilen hier so in der Mitte, da wo die Kamera ist, ne? In der Mitte. Da ihr seid meine Hälfte. Wir würden gerne eine Laola mit euch lügen, weil wir das schon so lange nicht mehr gemacht haben. Oh, lol. Die von einer Clashing-Laola. Und wir würden gerne dort anfangen. Und zwar jetzt... Ja, komm Leute, krieg ich doch... Ja, 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 ja! Nicht schlecht. Und jetzt zurück nochmal mit richtig viel Sound. Sekunde. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ganz ruhig. Richtig laut. Eins, zwei, drei. Laola. WTF. Alter, die Gänsehaut. So, und jetzt kommen die Fakten, ne? Fakten, Fakten. Wir haben ein wenig bei den Engeln recherchiert. Ja, genau. Die Engel sind die Leute, ihr wisst es fast alle, warum, kommen wir gleich zu, sind die Leute, die das Ganze hier organisieren. Dafür erstmal einen riesen Applaus, bitte. Jetzt ruft mich einer an. Bei mir hat's auch gebibbelt. Bei mir hat's auch gebibbelt. Wie immer dieselben Scherze, oder? Ist das ein Scherz oder geht's grad irgendwo anders ab? Oh. So, insgesamt haben wir, die Zahl ist noch sehr klein, 1043, hätte da auch 1042 draus machen können, damit sich das besser anhört, aber es sind 1043 Mann-Tage. Mann-Tage. Mann- und Frau-Tage. Hm. Hm. Es waren 2969 Engel mit wenigstens einer Stunde. Wuhu! Wuhu! Googleder. Getинеht ist die ganze Sache in 59 Engeltypen. 59 Engeltypen, also verschiedene Aufgaben, die es zu tun gibt, von Flaschen aufsammeln, bis hier oben stehen und euch bespaßen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe 9,50 Euro Mindestlohn einfach so als Voraussetzung gesetzt und die Mann-Tage mal acht genommen. Ich wusste, dass wir dafür Ärger kriegen. Ich hole uns da wieder raus. Okay, okay, du holst uns da raus. Also, wenn wir die ganze Sache mit 9,50 Euro multiplizieren, kommen wir aus 79.268 Tacken. So. Okay, aber so ein typischer... Das ist ja Mindestlohn, ihr seid ja IT-Leute. Genau. Und ich habe mal mit so 99 Euro gerechnet für den Freundschaftspreis, ne? Ja? Und dann sind wir schon... Man kennt das Gehalt für IT-Leute, die Flaschen da auch sammeln. Bei 826.000 Euro. Gar nicht, dass dem C-Punkt eigentlich geht es in Rechnung stellen. Ich hoffe. Und insgesamt haben sich 2.400 Leute angemeldet, um zu engeln. Das heißt, fast die Hälfte hat nur engeln können, weil es so viele von euch gibt, die mithelfen wollen. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir doch vorbereitet. Okay. Ja, ein bisschen wenig. Doch, jetzt kommt es. Jetzt kommen sie langsam in Schwung. Okay. In der Familie gegenüber, in der Firma, beim Meeting. Oh. Ach so stimmt, natürlich sind wir doch. Das ist ein bisschen verwirrend, dass der Nullix davorsteht. Ja. Ja. Test, Test. Boom, 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 boom. Hallo. Hallo, Computer. Hallo. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu den Security-Nachmenners. Hallo Leipzig. Hallo Neuland. Schön, dass Sie alle da sind. Die 19. Veranstaltung auf dem 35. Kongress. Das ist ja für den Kongress eine Grenze, weil mir vor zwei oder drei Jahren jemand erzählt hat, dass alles, was älter ist als 35, darf in ein Museum. Das heißt, nächstes Jahr wird das Eidelstädter Bürgerhaus dann abgefahren. Äh, nee, der erste war da gar nicht. Ups. Das müssen wir nochmal geschichtlich klären lassen. Okay, ähm, kurz, wer ist das erste Mal hier? Euer? Okay. Aber weniger als sonst. Das finde ich einen guten Trend. Ähm, ja. Wer von euch kann denn die Grundlagen von TCPIP erklären? Und wer von euch hat es auf diesem Kongress gelernt? Hm. Auch keiner. Okay, jetzt greifen wir in die Kiste. Wer kann die Grundlagen von SPXIPX erklären? Was ist denn SPXIPX? Leute, what? Ich weiß es natürlich. Ich recherchiere für einen Freund. Internet-Packet-Exchange-Sequence-Packet-Exchange. Widely-used-on-Networks-Deploying-Microsoft-Windows. Ich hab' nie von gehört. Ich hab' nie von gehört. Was denkt ihr sich da für Protokolle aus? Layer 1 und 2 von Wi-Fi. Ah, hier haben wir ein paar Wi-Fi-Kabel-Experten. Ich seh' schon. Und von Loma-Bahn. Warte. Layer 1 und 2 von Wi-Fi. Warte mal. Hä? Ich dachte vielleicht, ist das Layer, sind das OSI-Layer? Und war das ein Troll? So wie er gesagt hat, Wi-Fi-Kabel. Oder. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja Wi-Fi ein eigenes Layer-Modell. Also wenn man sagt, Layer von Wi-Fi, würde ich das nicht auf das OSI beziehen. Aber ich denke, das war der Joke. Der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber er war funny. Okay, dann müssen wir das nochmal anhören. Warte mal. Es gibt locker keine Layer im Wi-Fi, oder? Dieser Moment, wenn man Witze nachschauen muss. Layer 1 und 2 Wi-Fi-Basics. Physical Data. Obwohl, Layer 1 sind irgendwie die Funkwellen oder so ein Spaß. Keine Ahnung. Also ich bin lost. Und von Lorawan? Layer 1 und 2 von Wi-Fi. Ah, hier haben wir ein paar Wi-Fi-Kabel-Experten. Ich sehe schon. Und von Lorawan? Interessant, da melden sich immer dieselben. Merkt ihr euch? Das sind die, die wir vor der Zombie-Apokalypse brauchen. Das sind die, die auch hinterher noch Netz haben. Wahrscheinlich. Genau. Was immer witzig ist, ich tue immer die Zahl in den Zahlen-Converter und gucke dann, in welchem Zahlensystem eine hübsche Zahl rauskommt. Und diesmal war das, das ist die 23. Veranstaltung, wenn man das Oktal-System zugrunde legt. Ja, das war auch wütsch. Und ihr seht, wie das da, ne? Die Notation. Die Notation. Also es ist doch Hexadezimal. Dann sagen sie 13. Manchen aber Hexadezimal 13. Okay. 0 O. Und da habe ich gedacht, das erinnert mich an irgendwas. Und da habe ich gedacht, so habe ich das ganze Jahr geguckt. Aber das eigentliche Bild des Jahres habe ich gerade entdeckt auf Twitter. Und Mit der DS-EVO und der europäischen Richtlinie haben ja die die Santa Claus-Witze und Satiren eine ganz neue Dimension erreicht. Ja, also dieses Indiener, er macht eine Liste von Kindern, die lieb sind und nicht so lieb sind und außerdem kriegt er demnächst ein Einschreiben mit Rückschein und muss sich melden und dazu Stellung nehmen, wie er die Daten hinterher löscht. Also ich finde das Auskunftsersuchen fast noch spannender. Also ich meine, allein der Lieferprozess, also die meisten Eltern haben ja so lustige Spiele, wo sie entweder einen Weihnachtsmann mieten, ist aber langweilig, aber viel lustiger ist ja eigentlich, wenn dann irgendwie sie irgendwie so was hinbasteln, so dass dann plötzlich der Sack dasteht mit den Geschenken und der Weihnachtsmann schon wieder weg ist oder so. Und dann ist die Frage, wie stellt man dann eigentlich zu? Hängt man es an den leeren Sack das Auskunftsersuchen und hofft, dass es nächstes Jahr am Weihnachtssack ist? Die Antwort? Aber es wäre länger als zwölf Monate, das würde wahrscheinlich nicht durchgehen. Der Chaos-Post funktioniert, vielen Dank, es ist angekommen. eine Postkarte, eine Postkarte, eine Postkarte. Nächstes Jahr können wir mit der Rückschau vor 20 Jahren anfangen, aber das lassen wir, wir gehen lieber weiter mit den 10 Jahren, das ist vielleicht lustiger, sonst müssen wir die letzten 10 Jahre nochmal machen. Vor 10 Jahren hatten wir dieses Thema mit den Beta-Testern für neue Überwachungstechnik und es wäre doch schön, wenn man da die Bundestagsabgeordneten ein bisschen mehr verpflichtet, weil sie das ja dann immer beschließen und aber scheinbar, zehnmal zu unserer, Wahrnehmung, gar nicht merken, was sie da dann lostreten, weil sie vielleicht dann doch nicht betroffen genug sind und wenn man dieses, wenn man das ändern würde, dann würde sich vielleicht auch die Einstellung dazu ändern. Ja und, was für ihr? Habe ich das gerade richtig verstanden? Hat der, hat der gerade dazu aufgeführt, warte mal. Vielleicht dann doch nicht betroffen genug, ah, schön, wenn man da die Bundestagsabgeordneten ein bisschen mehr verpflichtet, weil sie das ja dann immer beschließen und am erscheinen war, 10,1, unsere, Wahrnehmung gar nicht merken, was sie da dann lostreten, weil sie vielleicht dann doch nicht betroffen genug sind und wenn man dieses, wenn man das ändern würde, dann würde sich vielleicht auch die Einstellung dazu ändern. Hä, was, was hat der damit gemeint? Bin ich jetzt zu blöd oder hat der gerade gesagt, man soll die, ähm, äh, Beamten da überwachen? Oh Mann, um, um denen vor Augen zu führen, was sie, ähm, ja, ich bin gerade so auf dem Schlauch, Leute, what the fuck? Wahrnehmung, ein bisschen, hier, Bundesabgeordnete Beta-Tester für über neue Überwachungstechnik und er meinte, die sind da nicht so richtig, äh, wie betroffen von. Heißt das jetzt, wir sollen Bundesabgeordnete abhören, damit sie betroffen sind, damit alles besser wird? War das gerade der Subtext oder, äh, nicht? I don't know. Bin mir verpflichtet, weil sie das ja dann immer beschließen und amerscheinbar, das sehen wir jetzt unsere, äh, Wahrnehmung, gar nicht merken, was sie da dann lostreten, weil sie vielleicht dann doch nicht betroffen genug sind und, äh, wenn man dieses, äh, wenn man das ändern würde, dann würde sich vielleicht auch die Einstellung dazu ändern. Was sind denn diese Wither? Ja, was wir ja dieses Jahr hatten, war ja, dass nicht die Bundestagsabgeordneten, aber die Ministerien, äh, innovative Überwachungstechnologien hatten, also immerhin ein Trojaner, der Command & Control über E-Mail gemacht hat, was ich tatsächlich wirklich innovativ fand, weil da gibt es dann halt nicht mehr viel an Command & Control Server zu hacken, sondern man schickt einfach eine Mail hin und das Ding antwortet per Mail. Ich finde es auch sehr komfortabel so, also, das heißt, wahrscheinlich gibt es das dann demnächst noch als Chatbot so, kann man, so, hey Trojaner, pssch, genau. Fehlt noch, dass, äh, dass es eben in Spam steganografiert wird. Oder in Advertising Cookies. Ich finde irgendwie, das wäre tatsächlich nochmal ein innovatives Command & Control System für Trojaner, als man einfach, die Advertising Cookies, wenn man also, was da mit einem Fallschaden passiert, weil ist der jetzt irgendwie gebackt und wenn ich jetzt, äh, hier habe ich den gerade null Fallschaden bekommen. Warte mal, ich habe irgendwie Schiss, dass, dass ich gleich sterbe, einfach so randomly. Ist der, warte mal, wenn ich jetzt runterspringe, okay, ja passt. Also ich denke, jetzt kommt keiner mehr. auf den Advertiser klickt und den Cookie, den er zurückspielt, ist dann der Inhalt, den man haben will. Die Bitcoins oder so. Vielleicht wurde es jemand. in die selbe Kategorie fiel das Thema öffentliche Vorratsdatenspeicherung für alle Abgeordneten. Wie bin ich denn hier reingekommen? Ich sag mal, das hat ja in Grenzen funktioniert, weil die ersten WhatsApp-Gruppen weggekommen sind. What is this game? What? Schaut euch das mal an. Wie bin ich denn hier reingekommen? Ich weiß es nicht. Also die Inhalte davon gingen letztes Jahr schon los. Ja. Also hat nicht zehn Jahre gedauert, sondern nur neun. Und das wird ja von hier aus nur weitergehen und wir werden. Also wir waren da vielleicht ein bisschen früh, aber wir haben da noch Hoffnung. Die Tendenz stimmt. Ich glaube, ich brauche einen Bogen. Lauter? Das mit den Rautern war vor zehn Jahren tatsächlich da. Lauter oder Rauter? Okay, lauter. Wir sollen noch lauter sprechen. Lauter über die Rauter sprechen. Lauter über die Rauter. Gut, also vor zehn Jahren haben die US-Behörden 3.500 Rauter, auf denen ein Cisco-Logo klebte, aus ihren Netzen rausgeräumt und waren darüber so ein bisschen beunruhigt. Es war keine Cisco-Route, die sahen nur so aus. Und dieses Jahr hatten wir diese Diskussion über Hardware-Backdoors ja relativ umfänglich. Also Bloomberg hatte sich ja ziemlich aus dem Fenster gelehnt und er sagt, hier, wir haben hier irgendwie Hardware-Implants in Motherboards gefunden von Supermicro, die bei den diversen Cloud-Anbietern verwendet wurden, sind den Beweis dafür aber bis heute schuldig geblieben. Die Fotos waren alle Montagen. Ja, das hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis das rauskam, dass die Fotos waren alles Kunstwerke. Ja, Wahnsinn. Also, meine Vermutung ist ja, die haben tatsächlich irgendwie gehört von einem irgendwas, was tatsächlich passiert ist, aber es war nicht das, worüber sie berichtet haben. Aber interessant daran ist dann, dass diese Diskussion natürlich dann weiterging und der so ein bisschen den Boden bereitet hat, jetzt über, was die Vector-Debatte angeht, bezüglich Huawei. Die Amerikaner haben ja gerade da ziemlich rund, ringsum die Welt, Stress gemacht, auch bei deutschen Unternehmen, um Huawei da rauszukiegeln mit der Begründung, da seien ja chinesische Vectors drin. Und diese Vector-Diskussion ist natürlich insbesondere deswegen amüsant, wenn man sich die Snowden-Dokumente anguckt, weil da wissen wir ja, dass hinter Türen an amerikanischen Produkten jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit waren und die NSA, die da oft und gerne installiert hat. Und jetzt stellt sich sozusagen die Frage, ist jetzt diese Politik, die da jetzt getrieben wird, ist quasi so eine, welchen Vector-Anbieter hätten sie dann gerne? Genau, da kann man sich dann verschiedene, also das sind ja so Spielchen, wo man dann erst denkt, okay, also schmeißen sie jetzt als erstes die raus, wo sie eine Vector reinhaben wollen, aber keine gekriegt haben? Oder schmeißen sie die zuerst raus, wo sie eine Vector denken, dass jemand anders eine hat? Und muss man dann, gilt dann dieser Witz mit, du brauchst eigentlich drei Virenscanner, einen amerikanischen, um die Russen zu fangen, einen russischen, um die Amerikaner zu fangen und einen, was war das, was war das, ein finnischen für die Schweden oder so? Wohl. Naja. Ja, Equal Opportunity Backdooring, das ist ja auch ein schöner Sport. Genau, auf jeden Fall passt zwischen eine Firewall und eine Firewall immer noch eine Firewall. Ja, auch im kommerziellen Bereich war Hardware-Bectors damals auch ein Thema, nämlich in Kreditkartenterminals. Und da gab es halt so Hardware-Implants in Kreditkartenterminals schon damals und die, so Kreditkartenterminals sind ja versiegelt. Also die sind halt dafür gebaut, dass man da nicht ohne Worte rein kann, aber wenn der Implant schon ab Werk kommt oder irgendwo im Service installiert wird, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, den zu finden. Und deswegen hat man damals gesagt, okay, dann wiegen wir die eigentlich einfach. War eine gute Idee. Jetzt, dieses Jahr, kam dann raus, dass auch wiegen nicht mehr hilft, wenn man dann für diese Gehäuse entsprechend modifiziert und die Hardware ganz klein und leicht macht, sodass man die gar nicht mehr sieht. Aber... Ja, und die wissen jetzt, was gewogen wird. Das heißt, die kleben dann da auch einen Cent rein, ja, um das, oder flexen was raus, glaube ich, das war's. Genau, flexen was raus. Da wird ein bisschen was ausgeflext, damit der zusätzliche Schiff, den man reintut, nicht auffällt. Genau. Deswegen ist jetzt die Gegenmaßnahme, ist Unwucht erkennen. Kein Scherz. Die stellen die so auf Rotationstische und gucken, wie die richtige Unwucht ist und unterscheiden die von der falschen Unwucht. Man darf die halt nicht aufmachen. Dann ist das Siegel kaputt und dann ist es nicht mehr compliant und so weiter. Das heißt, wir müssen dann quasi eins aufmachen, von dem sie ganz schön sicher sind, dass es in Ordnung ist und reingucken und nochmal nachgucken, dass da nichts ist und dann Baseline darüber machen und sagen, dass hier so sollen die anderen sich auch alle verhalten. So, und wann macht ihr das mit den Servern in eurem Rechenzentrum? Ich glaube, wenn man so einen Server unwuchtet, die sind doch nur noch zusammengeklickt, da sind doch gar keine Schrauben mehr drin. Dann hat man die ganzen Server... Gehol? Ja, ist sowieso alles SSD, aber dann hat man glaube ich so die, diese Teile, wenn die dann so lose kommen, dann liegen alle so in einer Ecke von dem Server. Stell ich mir sehr lustig vor. Genau. Ja, und dann gab es vor zehn Jahren diese Auftragskiller- Span-Mails. Die gingen so, dass man halt eine Mail bekommen hat, wo drin stand, guten Tag, ich bin dein heutiger Auftragskiller, ich habe den Auftrag bekommen, dich umzubringen, aber du kannst dich freikaufen bei mir. Nice. Überweise doch einfach Geld an, davon habe ich noch nie was gehört. Kauf mir ein paar iTunes-Guthaben-Karten oder so. Wahrscheinlich päckchenweise. Also es war vor zehn Jahren, deswegen war es mit den Bitcoins noch nicht so, wie es heute ist. Ja. Wer von euch wäre Bitcoin-Millionär gewesen, wenn er nicht vor zehn Jahren dafür einen Burger gekauft hätte? mehr als ich erwartet hätte. Autsch, autsch, autsch. das ist ja inzwischen, das ist ja inzwischen, hat auch das ja seine, hat sich ja weiterentwickelt. Es gab jetzt gerade einen Artikel, wo war der, in Wired, über jemanden, der jemanden hinterher recherchiert hat, der Auftragskiller Webseiten, also Auftragskiller Bestellungswebseiten. Also er tut so, als würde er Aufträge für Auftragskiller vermitteln. Genau. Unter verschiedenen Brands. Und er nimmt auch Geld dafür. Genau, Bitcoin. Erzählt dann auch immer was von Esco und alles und er wird das Geld erst kriegen, wenn der Morg auch ausgeführt ist und so weiter. Ja und wenn man dann dahin Bitcoin überweist und Namen an Lokation angeht, dann heißt es immer, der Auftragskiller ist informiert. Und dann heißt es, zwei Tage später ist schon unterwegs. Und dann heißt es, Es gab eine Verzögerung im Betriebsablauf. Genau. Leider ist das Auto kaputt. Der steckt jetzt fest. Ob man nochmal ein paar Bitcoin überweisen könnte, um das Auto wieder flott zu machen. So. Und dann nach noch einer Woche, na, der ist vielleicht nicht so gut, aber der hat das Geld jetzt schon und nur gegen einen geringen Aufpreis könnte man ja einen noch professionelleren Auftragsmörder haben. Hä? Nur einen geringen Aufpreis? Diese kompletten Storys? Hä, weiß immer weiß, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bezahle erst einen schlechten Auftragskiller ganz und dann zahle ich noch ein bisschen drauf und dann kann ich mir einen guten leisten? Das macht Sinn. Das macht richtig Sinn. Und das Irre ist halt, am Ende redet er sich darüber raus, dass er den Leuten, die jemanden umbringen wollen, Zeit und Geld klaut. ist auf jeden Fall ein ethisch sehr interessantes Problem. Und da hätte Ethik Gesichtspunkten wäre das eine sehr spannende Beurteilung. Da könnte man einen interessanten Case draus machen. Gut, machen wir weiter. Ja, und dann haben wir wohl vor zehn Jahren gesagt, dass das mit den sozialen Netzwerken sicherlich eine gute Grundlage für Datenverbrechen ist. Und man sieht das in zehn Jahren Leute, Lidl war am Start. Junge, Junge. Der macht keine Pause. Anschauen müsste. Ich habe irgendwie Blut geleckt, ein paar Wider zu tun. Hier sind Sicherheitslücken. Müssen wir auch nichts zu sagen. Springen wir drüber. Ja doch, es gibt eine interessante Frage. Wie viele verschiedene Wege eine GSM-Base-Session aufzumachen hast du denn so im Rucksack? Nee, komm, die Boards sind aus China. Die sind bestimmt voll in Ordnung. Ja, damals fing es ja schon an mit den nationalen Filtern, die das Internet nach nationalen Kriterien filtern sollten. Und die ersten Länder fingen damit an, die aufzubauen. Wir sprachen damals darüber, dass man vielleicht mal so Browser-Plugins oder VPN-Plugins bauen könnte, um zu gucken, wie denn das Internet so aus einer anderen Perspektive aussieht. oder die Landesgrenzen. Die Sicht aus dem Nachbarland so ist auf die anderen Seite. Und es hat ein bisschen länger gedauert, als wir so gedacht haben, aber mittlerweile ist tatsächlich klar, dass es also diese Filter sowohl Download als auch Upload kommen. die Frage, wie Technologie aussehen kann, um zu gucken, wie es in dem anderen Land aussieht, doch interessant wird. Genau. Also die erste Form von Virtual Reality für alle oder so ähnlich. Auf Nationalstaaten Blickpunkt Ebene. Aber für die Privatperson ist eigentlich inzwischen eher interessanter, wie sieht diese Webseite aus, wenn ich sie nicht mit meinen Cookies aufrufe. Und ich glaube, dafür fehlen die Plugins noch. Da müsste noch nachgearbeitet werden. Aber immerhin gibt es jetzt einen Markt mit Location-based Pricing. Manche Leute stellen fest, dass wenn sie den Browser-Cache leeren und alle Cookies wegschmeißen und dann nochmal fragen, was der Flug von A nach B kostet, dass der Preis dann plötzlich ganz anders ist. Häufig günstiger. Okay. Das Internet-Normalitäts-Update mit Zahlen aus 2018 und zum Teil aus 17, weil es noch keine für 18 gibt. Es gibt jetzt 40 Android-Smartphones mit Trojana ab Werk. Das sind Effizienzsteigerungen, Ja. Klar sagen. Also es heißt, irgendwie muss man dann nicht extra noch installieren, Grundausstattung. Und außerdem muss das Geld ja irgendwie verdient werden. Okay. dann gab es eine Studie, die wahrscheinlich massively biased ist, aber wo ich gedacht habe, irgendwie das ist schon Captain Obvious, der da unterwegs ist. Ja, dass wenn ich so DevOps habe und da explizit noch ein Dev-Sec-Ops einbaue, dass ich dann schneller bin als normal, ist glaube ich klar, was vielleicht überrascht ist, dass man dann zehnmal schneller ist. Ja. Also ich glaube DevOps erfordert das aber auch. Also ich meine, wenn du 20 Mal so schnell deployst wie sonst und 20 Mal so oft deployst wie sonst, dann musst du auch mindestens zehnmal so oft deine Security fixen, damit du auf dasselbe Niveau von schlechter Software kommst, wie in den traditionellen Betonen. Genau, Skimming-Angriffe auf Geldautomaten, das ist nicht interessant, ja, also die Zahl hat sich leicht verschlechtert, aber nicht viel. Was interessant war, war hinter dieser Schlagzeile und hinter ein paar anderen und das ist mir nicht aufgefallen während des Jahres. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mir versucht habe, das ganze Jahr in zwei Wochen noch mal reinzuziehen, dass man dann plötzlich sieht, dass da in vielen Meldungen drinsteht, dass von zum Beispiel jetzt diese 2,2 Millionen Euro Schaden sind nur 15 Prozent tatsächlich in Deutschland angefallen, weil es da inzwischen internationale Abkommen gibt, die den Schaden in das Land drückt, das das niedrigste Sicherheitsniveau hat. Oder es gibt andere Meldungen, wo dann steht, ja, das war ein Schaden von so und so viel oder die mussten ganz viel zahlen für den Erpressungstrojaner wegmachen und dann kommt dahinter, aber die Versicherung hat es bezahlt. So, okay, internationale Abkommen, Versicherungen, so, interessant, aber ich hätte jetzt erwartet, dass das auch irgendwie die Sicherheitsniveaus nach oben drückt, weil die Versicherungen dann irgendwas erwarten. ja gut, also ich meine, wenn man sich so diese Geltetomaten anguckt, mit dem Aufwand, mit dem man das Scimming betreiben kann, kann man das Geld auch direkt rausholen, oder? Genau, Loch reinbohren, USB-Stick reinstecken und dann das XP dazu überzeugen, irgendwie alles auszuspucken. Ja, wir hatten ja einen Talk hier also dazu, das Schönste fand ich mit den drahtlosen Keyboards. Ich finde, jeder Geltetomaten sollte ein drahtloses Keyboard, ein drahtloses Keyboard dauernd installiert haben. Das verbessert die Servicequalität erheblich. Ja, Google hat irgendwie gesagt, dass sie 700.000 böse Apps aus dem Playstore entfernt haben. Wir sagen immerhin eine Zahl. Bei Apple ist so ein bisschen wie mit den Eskimos und dem Schnee, wir haben viele Worte dafür, sagen aber keine genaue Zahl. Also klar, jedenfalls Apps, die halt bösartig sind, also insbesondere was Tracking angeht und Datenexfiltration und solche Dinge sind ein großes Geschäftswelt geworden. Genau, und offensichtlich nicht so leicht zu erkennen, dass das immer gleich beim Eingang in den Store auch aussortiert wird. Das ist sicherlich da ein spannendes Schlachtfeld. Also auch bei Geräteauslieferern, also die kaufen ja auch Komponenten von allen möglichen. Zulieferern zu, gerade halt so, wenn man so billige Android-Tablets kauft, da kann es dann schon mal vorkommen, dass halt so eine Adware vor uns zergeht ist. Also Lenovo hat es zum Beispiel da erwischt dieses Jahr. Das war glaube ich schon letztes Jahr, aber dieses Jahr mussten sie dann zahlen. Ach so, also sie sind zwar richtig anständig, also 7,3 Millionen. Das ist jetzt vielleicht nicht irrsinnig viel Geld für so ein Riesenunternehmen, aber es ist sicherlich etwas, mit dem man dann intern Dinge besser machen kann. Gut. Ja, so eine Zahl, die kommt dann da, steht irgendwo rum und da hat dann irgendjemand gesagt, ich habe V4-Internet abgescannt rund 12 Petabyte Firmendaten gefunden. Also da Daten hier das Öl des 21. Jahrhunderts sind, ist ja so ein schöner Datenreichtum. Das Öl liegt auf der Straße. Es schwimmt auf dem See. Genau, es schwimmt auf dem See. Man glitscht da so drauf rum, quasi. Also die meisten davon waren interessanterweise in irgendwelchen offenen S3-Buckets und offenen FTP-Servern und sowas. Es ist ja, also bei Lucky Luke war das, wo die dann immer so ein Loch in den Boden gestochen haben und dann so, pass, kam das dann so entgegen und dann liefen sie mit schwarzen Gesichtern durch die Gegend und ja, das ist ja bei Daten nicht so, sonst würden die Researcher ganz anders aussehen. Das wäre aber lustig, ne? Wenn so ein Datenreichtum aussieht wie so eine Toner-Explosion so bei so einem Kopie dann würde mir aber schneller was passieren, oder? Die Tech-Support-Scams, ne? Das ist dieses Modell, wenn nicht jemand anruft und geht es ans Telefon und dann heißt es Guten Tag, hier ist die Firma Microsoft, sie haben ein Virus auf ihrem Computer und wir würden das jetzt gerne zusammen mit ihnen löschen. so und ich hatte immer den Eindruck, ja, aber in Deutschland nicht wegen der Sprachbarriere und tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass es, ich meine, insgesamt nimmt das zu, keine Frage, da gibt es inzwischen Umfragen in 180 Ländern oder sowas und aber es gibt eben auch schon Fälle aus Deutschland und da dachte ich, fragen wir doch mal hier ins Publikum, wer denn jemand kennt, der schon einen Anruf von Microsoft hatte, das wäre ein Virus auf dem Rechner. Ach, ne? Okay. Schon ein paar. Und das, und welche, wer hatte da einen Anruf, der auch auf Deutsch war? Und wo war der Anruf auf Englisch? Ach doch, schon halbe halbe? Wow. Okay. War das? Okay. Wow. Wir haben da so eine Theorie dazu, da kommen wir später zu, warum das so ist. Okay. Sehr interessant. Applaus für Let's Encrypt. 50% aller öffentlich erreichbaren Zertifikate. Krass. Gut, dass ich extra passiere und nachlese. vertraut denen seit, was war es August? Irgendwie sowas. Wir sind halt immer ein bisschen vorsichtiger. Und dann so zum Thema Dinge, die nicht zu Ende sind und auch noch die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich gar nicht zu Ende sein werden. Also das Spannende daran ist halt was so die Dimensionen sind. Also diese IP-Adressen von einigen, hinter einigen dieser IP-Adressen waren offenbar mehr als 5000 Hosts, die noch mit WannaCry infiziert waren und wir stellen uns so die Frage so, wie kann man jetzt immer noch zu sowas, also solche riesigen Infektionsraten haben. Und dann kamen wir darauf, wahrscheinlich braucht es so was ähnliches wie so ein Oldtimer-Kennzeichen für so alte Hardware. Also so ein Oldtimer hat ja spezielle Regeln, mit denen darf man auch in die Umweltzone fahren, obwohl man da sonst nicht rein durfte, weil es ja irgendwie wertvolles Kulturgut auf vier Reden, wenn er älter als 30 Jahre ist. Und bei gut einer IT kann man sagen, so vielleicht wenn es älter als 10 oder 15 Jahre ist, dann kriegt so ein Computer dann auch so ein grünes Hardware-Kennzeichen. Aber was macht man denn damit? Also wie geht man damit um? Naja Gummi-Zelle, also Einzel-Gummi-Zelle. Das ist dann halt so, das H-Kennzeichen ist dann mehr so wie so H-Fuh-Hane-Gelekter, so neu eingesperrt. Gut, jetzt sterbe ich, oder? Die Rückschau dieses Jahr, natürlich den wertvollen Bundestagshack, der, wie der Innenminister sagte, technisch anspruchsvoll war. Ja, damit möchte er sagen, die Steuergelder, die eingesetzt wurden, um das Ganze zu schützen und hinterher aufzuräumen, die sind alle richtig eingesetzt gewesen, weil das schon anspruchsvoll war. Ja, lassen wir das. Also, wenn man sich so überlegt, so wenn der Heimathaus irgendwas anspruchsvoll findet. Ja, der britische Geheimdienst kam um die Ecke mit einer sehr interessanten Forderung. Die haben nämlich gesagt, so, naja, wenn wir halt so eine Region haben und diese Region ist interessant und da wollen wir mehr darüber wissen, dann wollen wir doch möglichst viel darüber wissen. Und da jetzt ja die ganzen bösen Menschen da draußen schon Verschlüsselung verwenden, können wir da nicht mehr mitlesen, was die kommunizieren. Also müssen wir deren Computer aufmachen und da wir ja Massenüberwachung früher benutzt haben, weil wir jetzt auch Massenüberwachung haben, also müssen wir ganz viele Computer auf einmal aufmachen. Sprich, die wollen das Recht haben und die Mittel dafür haben, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Computer in bestimmten Gegenden aufzumachen. Proaktiv, ne? Proaktiv, so einfach ohne, dass sie einen konkreten Verdacht haben, einfach nur so mal so zu hören, was da so los ist in der Gegend und da halt die Daten daraus zu exfiltrieren. Ich sag doch, die brauchen so einen Chatbot-Trojaner, ne? Die brauchen so einen Chatbot-Trojaner, weil dann erzählen die Leute ihnen eh alles. Nachts um drei. Ja. Sie haben aber nicht, man denkt ja immer, dass es da irgendwie um die Laptops oder um PCs geht, nicht? Aber es geht da ja inzwischen auch um die Fernseher. Und morgen wahrscheinlich auch um die Barbies. Und die Alexas. Genau, die Alexas und die Homepods und das Google-Ding, wie heißt das noch? Ja, das E-Government ist ja bei uns immer in der Regel mit Geschichten von hoher Kompetenz verbunden. Also es ist alles technisch anspruchsvoll. Und da gab es dieses Jahr diese Geschichte, die also schon vor ein paar Jahren mal hochkam, aber dann mal wieder kochte und weiterging, dass die SLE seine Kommunikationssysteme für Absprachen mit seinen Quellen in diversen Ländern über Web-Systeme betrieben hat, die sie für viele Millionen von Dollar von einem amerikanischen Regierungskontraktor gekauft haben. Nur, dass dann halt irgendwann die Iraner ihnen einen Doppelagenten untergeschoben haben. Der Doppelagent hat seinen Führungsoffizieren erzählt, wie die Webseite aussieht, auf der er da mit der SLE kommuniziert. Und die dann halt mal nach ähnlichen Webseiten gegoogelt haben. Und davon ein paar Dutzend gefunden haben. Dann halt die entsprechend dazugehörigen Leute überwacht und hops genommen haben. Und sich dann mit den Chinesen unterhalten haben, die dann halt auch noch was dazu beitragen konnten. Was dann halt dazu führte, dass der CEE als Nachweis seiner Herausforderung E-Government-Kompetenz bzw. des Contractors seine gesamten Agentennetzwerke in diesen Ländern verloren hat. Da sind auch viele Leute umgekommen. Also wir sehen, E-Government ist immer noch eine schwierige Aufgabe. Genau, auch wenn man sich technisch anspruchsvolle Dinge verteidigen muss. Der Fachbegriff dafür ist ein Google-Dort. Könnt ihr ja mal googeln. Genau, der nächste ist ein absoluter Brüller. Ja, weil in Australien ist da ja gerade ein Gesetz durchgekommen, die Assistance- und Access-Bill, liebevoll abgekürzt als Ass-Bill, von ihren Fans. Und gibt da auch ganz tolle Erklärvideos zu, die zum Schreien komisch sind. Und die möchten jetzt halt wirklich Hintertüren einbauen dürfen. Und sie wollen richtig weit gehen. Sie wollen auch australische Mitbürger dazu motivieren können dürfen, dass sie Hintertüren einbauen in den Firmen, in denen sie arbeiten. Und das alles aus einem Land, das einen anderen Skandal am Laufen hat, der heißt The Cabinet Files. Worum geht's da, fragt ihr. Die Antwort ist, da hat eine Zeitung mehrere Aktenschränke bekommen, die auf dem gebrauchtbaren Markt für Aktenschränke verkauft wurden, mit Inhalt. So, und jetzt fragt ihr natürlich, warum wurden die mit Inhalt verkauft? Because we lost the keys. Ja? Okay. Wir weisen nochmal darauf hin, dass wir letztes Jahr gesagt haben, dass ein neues Geschäftsfeld wird, irgendwie, dass man Leute unter Hypnose dabei hilft, ihre alten Passphrases wieder zu erinnern. Ja, also, kommt noch. Wahnsinn. Ähm, ja. Ja, eine der großen Debatten dieses Jahr war die um TLS 1.3, ähm, wo ja verschiedene Teilnehmer an diesen Diskussionen der Meinung waren, das ist zu sicher, weil man kann ja da nicht mehr reingucken. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und das ist halt so eine, also, jetzt muss man sagen, so die alten Sicherheitsmodelle, wo man sagt, okay, wir müssen da reingucken können, sagt, naja, wir haben so ein Netzwerk in, dem können wir vertrauen, und dann kommen da die verschüsselten Verbindungen an, dann entschlüsseln wir die und machen alles innen und verschüsselt, weil drinnen ist ja alles sicher. Ähm, das hat sich in der Praxis nicht so sehr bewährt, weil, auch wenn man in diese jemals verschüsselten Datenströme reingucken kann, dann, wenn die Trojaner anfangen über E-Mail zu kommunizieren, wird das halt schwierig, ne, dann hilft das halt nicht mehr so sehr. Und deswegen geht man jetzt hin und sagt, das ist so eine Trustless Network, das heißt also, man baut halt auch die inneren Netzwerke so, dass sie Server ineinander nicht mehr vertrauen und nur noch untereinander verschüsselt kommunizieren, und dafür ist dieses TLS 1.3 eigentlich gedacht gewesen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und dann gab es dann noch diesen sogenannten E-Fail-Angriff auf S-MIME und OpenPGP. Die Details sind interessant, ja, lest euch das mal durch, wenn ihr die Zeit dazu habt. Ähm, wir haben es hier eigentlich nicht aufgelegt, um jetzt irgendwie darauf rumzuhacken, aber, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, glaube ich, dieses Jahr schon zwei Leute getroffen, die, von denen ich den Eindruck habe, dass die jetzt wirklich ganz offiziell, äh, der Meinung sind, dass sie das in ihrer Firma nicht mehr hinkriegen mit der E-Mail-Verschlüsselung. Ja, das kriegen sie einfach nicht durch die Tür und, ähm, haben jetzt aufgegeben. Kennt noch jemand, jemanden, der aufgegeben hat? Ach, nur so wenige. Das lässt ja hoffen. Hm, ich glaube, wir müssen das Licht ausmachen, wo wir die Frage nochmal erstellen, oder? Ach so, wer ist in einer Firma, wo man damit nie angefangen hat? Ach, ja. Ja, jetzt. Ha, ha. Wir mussten dieses Jahr seinem Kollegen oder Chef das mit der verschlüsselten E-Mail versuchen zu erklären. Okay, es geht. Immerhin. Na gut, mach weiter. Ähm, dann gab es noch jede Menge gelben, wenn mir Angst wert ist, durch das wir jetzt durchhetzen müssen. Ja, es geht. Ähm, den Datenschutz-Denial-of-Service, der da DSGVO heißt. Genau, da wollen wir gerne euch mal fragen. Ähm, wer von euch fand denn das mit dieser Datenschutz-Grundverordnung, die immer zusammenhängt, Stress und Ärger und so weiter, so fort eher schlecht? Okay, wer fand es eher gut? Und wer fand es eher unterhaltsam? Okay, okay. Also, das heißt, die meisten von euch haben sich wirklich einfach nur dafür, darüber amüsiert, welche Battle-Mails da ankamen. Irgendwie, dass man doch bitte, bitte hier klickt, um weiter im Verteiler zu bleiben für die innovativen Produkte. Okay, ja. Und das heißt, keiner von euch war irgendwie im Elternrat, wo irgendein Rechtsanwalt durchgedreht ist und versucht hat, die Schule in die Steinzeit zurückzubomben? Nein. Ach doch. Genau, wer hatte denn so mit durchdrehenden DSGVO-Hyperventilatoren zu tun? Ah, okay, ich sehe schon. Ihr kennt alle zu viele Anwälte. Die schönste Schlagzeile, zu fand ich ja schwerwiegende Schwachstelle im DSGVO-Plugin für WordPress. So, für 2018 kann man da eigentlich, es passt das sehr gut zusammen irgendwie. Genau, Microsofts Bitlocker hat tatsächlich Festplatten-Firmware vertraut, die versichert hat, dass sie das mit der Verschlüsselung voll im Griff hat. Grandios. Ich meine, Microsoft ist nun wirklich eine Firma, die hat jeden Tag mit OEMs zu tun. Ja, die hat jeden Tag damit zu tun, dass ihnen OEMs irgendwas erzählen und hier ist unser toller neuer Treiber, könnt ihr den mitverteilen und sehen, was da kommt. Ja, und dann glauben sie das, wenn die Festplatte sagt, ich habe das voll im Griff mit der Verschlüsselung. Das ist irre. Ja. Genau, überhaupt gab es ja... Alles ist vergiftet, kann man eigentlich nicht sagen. Genau, wir hatten schon das Thema böse Apps und trojanisierte Apps und da gab es ja wirklich irre Dinge. Wo man auch früher gedacht hat, manche Leute sind ja von der Außenwelt abgeschlossen, wie zum Beispiel Soldaten oder so, die sind das ja heutzutage auch alle nicht mehr. Die kriegen alle irgendwie Internet früher oder später in die Finger, mehr oder weniger bandbreitig und dann installieren sie sich in die WM-Apps oder Dating-Apps und Fitness-Apps. Was? Fitness-Apps. Fitness-Apps. Gab es auch reichlich. Oh ja, reichlich. Wo sind denn diese super geheime Special Forces trainiert? Das ist ganz einfach. Du suchst einfach nach weitgehend unbewohnten Weltgegenden, wo sonst nicht so viele Fitnessdaten anzutreffen sind und nimmst dir dann die, die überdurchschnittlich sind. Dann hast du die Special Forces gefunden. Also der, der jeden Morgen 15 Kilometer rennt, alles klar. Vielen Dank. Ja, aber die Frage, wie man die Integrität von Open-Source-Projekten sicherstellt, und da gab es ja dieses Jahr einige, die mit Hintertüren versehen wurden, die würden definitiv akuter werden, weil je besser die Sicherheit der Verteilungsinfrastruktur wird, desto weiter nach oben in die Kette werden die Angriffe gehen. Ja, das mit den Bugs ist natürlich nicht nur irgendwie bei normaler Software ein Problem, sondern auch bei Schadcode. Da gab es dieses Jahr einen interessanten Fall, wo in petrochemischen Anlagen in Saudi-Arabien ein Trojaner gefunden wurde, z.B. ein komplexerer Schadcode, der halt nicht funktioniert hat, weil er buggy war. Passiert. So. Das heißt, Testing is hard, let's go shopping. Genau, und ein neuer Meilenstein auf der Baustelle Integrated Lights Out heißt das bei HP, bei Intel heißt es Intel Management Engine, bei IBM heißt es Integrated Management Module, ne, Lenovo und so, wie auch immer, und da ist die Firma HP die erste, die sagen kann, für unsere Systeme gibt es schon einen Erpressungs-Trojaner. Achievement Unlocked. Ja, und dann im Kontext irgendwie Sachen, die schon lange vor sich hin glimmen oder so, wurde ja in Open SSH dieses Jahr eine 19 Jahre alte Sicherheitslücke zugemacht, die man dazu benutzen kann, um valide Benutzernamen besser zu raten und in dem Kontext haben wir uns Ja, okay, also ich will ja nichts runterspielen, aber Benutzernamen raten ist nicht gut, aber also ist ja noch kein Zugriff. Okay, also ist ja noch entspannt. Dann gefragt, wenn man sich so andere Sachen anguckt, wie diesen Open SSH E-Bury-Woodkit Geschichte von wann war das? 2013 oder so, der hat inzwischen 21 Subvarianten und es ist ja wie bei normalen Viren für Windows und machen wir hier eigentlich zu viele Witze über Windows und Windows 2003 Server, der immer noch nicht abgeschaltet ist oder muss man da jetzt eigentlich auch mal mehr auf Alt-Versionen von Linux rumhacken? Die Antwort ist offensichtlich ja. Richtige Linux-Hater im Publikum. Wer von euch kennt dann noch ein laufendes System, auf dem noch ein Einser-Körnel läuft? Zweier-Körnel? Ja, ich sehe schon. Wir hören jetzt hier mal auf, weil sonst... Ja, ich glaube, es wird mit diesem H-Kennzeichen wird nochmal ein Thema werden. Mit Betriebssystem übergreifen. Ja, also insbesondere bei diesen ganzen lustigen IoT-Geräten, wo man dann die Hardware wegschmeißen muss, weil der Speicher nicht mehr reicht, wenn man den Kernel upgradet. Das wird doch alles so lustig werden. Wer von euch pflegt noch einen OS2? Ah ja, auch drei. Ja, die Browser-Kriege sind erst mal vorbei. Man kann einfach sagen, Google hat gewonnen, so, Microsoft hat aufgegeben. Ist jetzt keine besonders gute Nachricht, so, weil es halt dazu führen wird, dass im Wesentlichen Google jetzt die Internet-Standards schreibt, je nachdem, wie viel Aufwand Mozilla und Apple da noch reinstecken wollen an dieses Thema, aber wir nähern uns dann so langsam der, ja, Klick-Betriebssystems Monokultur im Browser-Bereich. Das ist sicherlich bemerkenswert und auch noch bemerkenswert war dieser Google Assistant, der Restauranttische per Telefon bucht. Wer von euch hat da die Audio-Demos gehört? Doch, viele, aber bei weitem nicht alle. das Faszinierende dabei war nicht, dass der anruft und sagt, guten Tag, hier ist Google Assistant, ich möchte gerne einen Tisch buchen. Das Irre war, wie der dann geantwortet hat, oder sich geäußert hat, wenn auf der anderen Seite gesagt wurde, ja, ich muss mal eben schauen. Dann hat er nämlich so Sachen gemacht wie mhm, mhm, oder okay, so. also diese Zwischenbemerkung, die gar keine echte Bemerkung sind, außer ich habe verstanden, was du gesagt hast und warte jetzt darauf, dass du weitermachst. Ja, das ist sozusagen der non-verbale Turing-Test, ne? Ja. Also zumindest für uns Menschen. Genau, also wenn euch einer anruft und sich nicht räuspert, könnt ihr demnächst schon mal gleich misstrauisch werden. Ja. Wahrscheinlich muss man sich dann so überlegen, ob man denn so Testsachen einbaut, sowas wie, einfach mal völlig unmotiviert sagen, sowas wie Steuerdegradionsanpassungsgesetz. So mitten der Restaurantbestellung und gucken, ob der andere sich mal sagt, hä? Oder mhm. Oh Mann, hey. Die Frage ist dann eben, ob ihr das selber macht oder ob ihr dafür einen Assistenten braucht. So. Und dann, damit sind wir auch schon bei den Stichworten für das nächste Jahr. Wenn es denn reicht. Manchmal liegen wir ja daneben um wenige Jahre. Aber die, der Trend mit alles, was man sich nur vorstellen kann, kriegt jetzt einen Mikroprozessor. Und natürlich braucht ein Mikroprozessor immer Software, die auf ihm läuft und deswegen ist Hardware sowieso nie mehr nur noch Hardware, sondern immer auch Software. Und und diese Software will euch verraten. Aber eigentlich will sie es ja natürlich nicht. Was will? Ein Ding will ja nicht. Software will ja nichts. Sie ist dazu veranlagt. Sie ist dazu verdammt. Also, worum es eigentlich dabei geht, ist dieses überall sind mittlerweile Prozessoren drin, egal ob es sinnhaft ist oder nicht. also jeder Lichtschalter ist heutzutage eigentlich kaum noch ohne CPU denkbar. Man muss mittlerweile eigentlich fast sagen, es wird die Ausnahme, dass da nicht mehr irgendwas drin ist, was rechnet. Sobald es irgendwie schon ein paar LEDs drin hat, die auch nur irgendwie blinken oder irgendwas anzeigen, hat es schon irgendwie mindestens einen Batteriekontroller drin, der da vor sich hin rechnet und eigentlich eine Firmware hat oder so. Genau, und dann fallen da Daten an und diese Daten werden im Zweifelsfall dann doch irgendwo noch ein bisschen gespeichert und dann werden sie halt wegkommen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die Softwarequalität halt schlecht ist und Security braucht man am Anfang halt nicht, sondern das braucht man hinterher, aber erstmal braucht man es nicht, damit es überhaupt funktioniert und damit es die Leute kaufen, leider. So, und es schwemmt halt so viel auf den Markt von so vielen Leuten, die das alle das erste Mal machen und deswegen ist es zwangsläufig, dass das so ist. Und dann kommt noch was dazu, ich habe neulich einen wunderschönen Artikel gelesen von einem von einem Ben irgendwas, der hieß sowas wie Thinking about AI, also wie man über künstliche Intelligenz nachdenken sollte und der hatte ein schönes Bild, eine schöne Analogie. Die Analogie war künstliche Intelligenz heute oder Machine Learning, die ein bisschen fortgeschritten ist, ist wie ein 4-Jähriger oder 4-Jährige. Nur, wird halt nie müde, will keine Kekse und wenn du noch 30 brauchst, dann klickst du einmal. So, und 4-Jährige können dann Dinge tun, die kann halt dein Computer noch nicht. So, Mustererkennung, ist da ein Kaninchen in dem Bild drin, ja, wie viele Einhörner sind das da, solche Sachen. Und, und dann ist es ja eine total tolle Analogie, weil, wisst ihr, wie 4-Jährige mit Familiengeheimnissen umgehen? genau, genau so. Es soll ja Kindergärten geben, in denen stehen, hängen Schilder, auf dem Schild steht, wenn sie nicht alles glauben, was ihr Kind sagt, im Kindergarten passiert ist, dann glauben wir nicht alles, was ihr Kind sagt, zu Hause passiert ist. Da ist jetzt die Frage, wie sieht da die KI-Analogie zu aus? Die sind halt genauso. Du meinst, hey Alexa, nicht alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt? Und Alexa, mhm. Genau. Also, aber es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt ja auch Dinge, die besser lernen. Also, es gibt technische Fortschritte, die finden statt. Apple arbeitet hart daran, ihr Betriebssystem für PCs härter zu machen. Microsoft hat gerade Sandboxing eingeführt, im großen Stil. Sachen, die normal sind für Smartphone- und Tablet-Betriebssysteme, weil das halt dort von Anfang an drin war, so, und dieser ganze IoT-Kram, ja, das ist alles grauenhaft, aber das, womit Menschen so direkt interagieren und so, das wird schon ständig besser. Ja, wenn es denn auf up-to-date gehalten wird, etc. Und da passiert natürlich, dass die Angriffe gegen den ganzen IoT-Kram, die finden natürlich weiterhin statt. Einfach mit Brutforcing und auf alte Software-Vulnerabilities gehen, etc. Aber so, dieses Mittelfeld auf dem PC, da geht weniger. So, die ganzen zugenagelten Endpoint-Produkte, die halt mehr so Tablets sind, halbwegs moderne Hardware, mit irgendwie, wo man kein eigenes Betriebssystem mehr installieren kann, wo es halt nur noch so ein paar Apps drauf gibt und wo die Sicherheit des Systems auch noch durch Hardware-Unterstützung unterstützt wird, also Chips unterstützt wird, die sind dann halt schon ein bisschen schwieriger anzugreifen. Und da war für uns so ein bisschen die Frage, was passiert denn da jetzt eigentlich? Weil die Evolution geht natürlich weiter und bisher war es nie so, dass sich irgendwie die Kriminellen insbesondere davon haben aufhalten lassen, dass da irgendwas passiert ist. Und die logische Konsequenz ist natürlich, dass Sicherheit immer mehr zu so einem Layer 8-Problem wird. Also das Problem sitzt zwischen Bildschirm und Stuhl. Und wir haben ja schon so ein paar frühe Vorfahren davon gesehen. Da gab es vor ein paar Jahren einen interessanten Trojaner, der bei einer bestimmten Bank über einen Exploit, der, wenn er im Tab nebenan lief und man hat sein Homebanking aufgemacht, hat einem dieses Homebanking suggeriert so, hey, du hast gerade eine Überweisung bekommen. Du hast 750 Euro überwiesen bekommen. Und fehlerhaft. Das war halt eine Fehlüberweisung. Und weil du ein ehrlicher Mensch bist, möchtest du dir das jetzt bitte zurücküberweisen. Und das heißt, es war kein Sicherheitsangriff, es war nur ein Angriff darauf, was in deinem Kopf passiert, weil du willst ja ein ehrlicher Mensch sein. Also haben die Menschen denn diese 150 Euro, die sie nie bekommen haben, zurückgegeben. Autsch. Also werden nur die Leute ausgeraubt, die ehrlich sind und Geld zurückgeben wollen. Übles Ding. Das ist richtiger Anti-Robin-Hood-Trojaner. Und da hilft dann keine Sicherheitsmaßnahme, weil der Mensch wollte es. Und wir denken, dass genau da die Zukunft liegt für Angriffe. Dass sich die Angriffe immer mehr gegen das menschliche Gehirn richten werden und die technischen Angriffe nur Hilfsmittel dazu sein werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie sind denn halt so die also wie macht man das? Und Menschen sind ja relativ ungeduldig und meistens auch ein bisschen sagen wir mal mindestens abgelenkt. Ich sage, alle sind dumm, aber meistens sind sie abgelenkt. Und daraus folgt dann das ist eigentlich eine schöne Aufgabe für so eine Horde von so 10.000 4-Jährigen So eine Fishing-KI so kann man sich so vorstellen als einmal so die Messe hier so voller 4-Jährige Ich will ein Eis Ja Kann ich mal ein Handy haben? Wir wollen alle Taschengeld Genau Und ich meine ja also ja Lisa I Love You Virus war vor was 20 Jahren 18 oder so und das hat mir ja einer aus dem Benina Club erzählt der hat gesagt ich habe mir dafür extra ein Virus aufgesetzt Entschuldigung ein Windows aufgesetzt Der Freundsche Versprecher Alter Weil die kam von meiner Freundin Also die Menschen gehen nach Wald um die Message zu hören wenn die Message richtig ist so und und dann ist ja das Nächste dass jeder Datenunfall der da draußen passiert ist ja Futter für diese KI ja also jedes bisschen Daten das über euch wegkommt hilft irgendeiner KI euch noch bessere Phishing E-Mails zu schicken und dann ist ja die Frage wer die zuerst haben wird ja und weil das ja alles miteinander zusammenhängt also eigentlich ist das ja überhaupt nicht böse ja weil Fishing ist ja nur eine Form von Marketing tu was jetzt nicht kauf mich sondern klick mich ja und Marketing ist Motivation Motivation ist Bildung Bildung ist Glück und da schließt sich der Kreis das ist halt alles dual use und die Frage wird wird eine sehr moralische was ist noch okay und was ist halt überhaupt gar nicht mehr okay gar nicht mehr okay ist mich dazu zu überzeugen iTunes Karten zu kaufen um irgendwie meine Steuern zu bezahlen oder so Quatsch ja aber habe ich alle meine Knöpfe drückt damit ich auch heute fünf Minuten Englisch lerne ja am Ende ist es die Frage wem geben wir das Recht uns zu manipulieren und mit welcher Motivation und also wenn du sagst Englisch lernen also du glaubst dass du Englisch lernen möchtest die Frage ist wieso glaubst du dass du Englisch lernen möchtest welche Software hat dich denn dahin manipuliert dass du plötzlich Englisch lernen möchtest vielleicht will diese Software dir auch einfach nur eine reise nach landern verkaufen oder ja also wir denken dass diese diese Frage welche form von manipulationen sowohl technischer als auch emotional und moralischer art sind denn eigentlich noch okay und welche nicht und wo ziehen wir da als gesellschaft die grenze wird am ende eine sicherheitsfrage werden also die frage von persönlicher mentaler sicherheit weil wenn wir dann mit KI zu tun haben die in der lage ist unsere knöpfe zu drücken und wir sehen ja schon sehr gut was da so passiert auf facebook und co wenn wir da auf der anderen seite ein maschinen learning system haben was in der lage ist dafür zu sorgen dass wir uns aufregen dann das können vierjährige gut ist eigentlich absehbar dass diese diskussion nicht mehr so lange vertagt werden kann wie übersetzt sich das jetzt in geschäftsfelder und sport wir denken dass man sehr schnell den überblick verliert ja welche daten sind in diesem monat über mich weggekommen so wer weiß jetzt was wer alles weiß schon also ist schon bekannt wie der mädchenname meiner mutter wirklich war ja so ich gebe natürlich über allen anderen an weil den trick kenne ich schon aber welche dieser antworten sind schon bekannt genau welche dieser antworten sind schon bekannt und da gibt es ja inzwischen so services die jeder kennen sollte wie have i been pawned das ist so eine webseite die sammelt alle daten leaks über passwörter und e-mails ein und da kann man sich dann registrieren und sagen hier das ist meine e-mail adresse und wenn die ein password für diese zu dieser e-mail und also diese anderen leaks die es da gibt die muss man ja dann auch alle irgendwie aufbewahren und die muss man ja sicher verwahren weil wenn die dann wieder jemand findet alle so an einem Platz das ist ja dann auch wieder ein problem und dafür brauchen wir also verlorene datenschließfächer sogenannte oder doxing manager im sinne von password manager das brauchen wir das müsste mal jemand erfinden bitte wie ist hier eine reihenfolge irgendwie ich hatte aber glaube ich ursprünglich weiter unten aber wir können jetzt gehen genau das ist das Hausmeister Dingens exercise left to the rear aber wir springen das jetzt gut dann stellen wir fest die Bandbreiten werden immer höher und manchmal wird ja auch die Qualität höher und ich finde irgendwie die Welt geht scheinbar weg von Telefonkonferenzen zu diesen zu diesen wo man auch Screensharing machen kann und ich habe den Eindruck immer mehr Leute die jetzt an sowas teilnehmen was man auch als Telefonkonferenz machen könnte schalten dann trotzdem ihre Kamera frei dass man sie dann sehen kann wer findet dass das zunimmt doch einige also ich fand es dieses Jahr sehr prägnant ja so Sachen die vorher reine Telcos waren sind jetzt plötzlich Videokonferenzen und wem hilft das bei der Arbeit wer findet es eher störend okay also ihr schnarcht lieber unbeobachtet in der Telefonkonferenz kann ich verstehen aber so eine Kamera kann man ja auch benutzen um zum Beispiel so die Atemfrequenz und den Puls zu detektieren und raus zu bekommen hat mein Gegenüber gerade Puls weil ich Jira 716b angesprochen habe was da seit 6 Wochen in der Queue gammelt also man kann natürlich nicht wissen ob er vielleicht vorher noch zu viel Kaffee hatte aber immerhin ist es ein Anhaltspunkt und dann ist natürlich klar wenn es zunimmt also sobald es so eine Plugins gibt wo man aus dem Videostream von so einer Videokonferenz noch Zusatzdaten extrahieren kann also zum Beispiel die Puls und Atemfrequenz dann braucht man natürlich Gegenmaßnahmen und das machen wir dann als in Abkauf da kann man dann anklicken welches Profil man heute spielen will ja also Poker Face für 2,50 zufriedener Mitarbeiter für 5 Euro kolirisch auf den Tisch klopfer für 6 Euro ja manchmal möchte man sich ja vielleicht über etwas aufregen worüber man sich schon lange nicht mehr aufregen kann ja und dann ist es ja für die Gesundheit doch viel besser wenn man einfach sagt Computer richtig mal für mich auf ja und ich meine guck wenn man sich so überlegt es gab doch dieses Jahr diese diese Emojis die man mit seiner Gesichtsmimik steuern kann und wenn wir das zusammentun mit Deepfakes also halt den zusammenrechnen von echten Gesichtern auf echte Gesichter da geht was also intelligente Avatare mit Stimmungsanpassung und so da ist auf jeden Fall ein großes geschäftsfeld das geschäftsfeld genau da mich immer wieder drauf zum schluss denken wir dass die frage des jahres wird wenn man dann mit irgendwas interagiert ist es ein skript ist es machine learning ist es KI ein Mensch wird es ja nicht sein wie war auch die unterscheidung wenn es Python ist ist es machine learning und wenn es powerpoint ist ist es KI genau KI ist Powerpoint Engineering und wenn noch irgendwas mit Blockchain und Quantencomputer dran steht ist es definitiv Powerpoint Ingenieur auch im Umkehrschluss wenn ihr da was habt und ihr müsst damit umgehen oder so und dann auch die Frage nicht mit wem spreche ich da sondern wie löst ich das Problem kann ich das Problem noch lösen mit nur einem Skript brauche ich in diesem Sinne sind wir dieses Mal ganz schön pünktlich oder und wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 1984 ja da komme ich immer wieder drauf okay ja genau das war es dann auch mit dem video perfektes ende an der stelle phantoms also wenn ihr bock auf dem server zu spielen sillyhuhn.com ist die adresse aktuell und eine änderung der adresse schon einfach mal auf dem kanal nach neueren videos oder recherchiert sonstigen interwebs nach lasergurken land und schaut da ob ihr eine aktuelle ressource findet denn der die ip-adresse könnte sich ändern sehr unwahrscheinlich die domain könnte sich ändern wahrscheinlicher die der name wird sich am allerunwahrscheinlichsten ändern also es lasergurken land es wird ein anarchie server bleiben es werden keine virtual sets kommen und das wird für eine lange lange zeit für euch verfügbar sein wenn euch das video interessiert hat was im hintergrund gehört haben dann schaut doch mal beim media ccc kanal vorbei ist in der beschreibung verlinkt genau dann würde ich sagen sehen wir uns in game oder in der nächsten folge dieser Dauerwerbesendung